Ich weiß nicht mehr, welche Taste ich zum A aufsammeln F. Ich muss auch wieder gucken, welche Tasten muss ich benutzen. Mittlerweile geht's wieder, aber am Anfang wäre auch kacke, welche Taste war das. Zumal ich habe einen Playstation-Controller, aber ingame werden mir die Xbox-Controlls angezeigt, was halt so absolut verwirrend ist. Das ist schlecht. Man kann es auch irgendwie fixen, aber ich hatte noch keine Lust dazu, das jetzt herauszufinden. Boah, das hast du ihn schon gefunden. Ja, aber der ist mir grad rein, also es kam auch zugelaufen. Nehmlich ein Fliegeviechern. Boah. Jetzt hast du ihn kaputt gemacht. Das, das war das, was ich meinte, wirklich, ich mach zu viel Schaden. Okay, ist doch egal, der soll eh sterben. Ja, wir müssen noch mal mehr Teile kaputt machen. Ja. Was ist denn? Oh, ne, der ist der andere Viech auch. Ja genau, spring auf mich drauf, danke da. Weißt du, der rennt so die ganze Zeit im Kreis. Und ich renne ihm hinterher. Das ist nicht so, dass der mich angreift, dass er so, dass ich ihm hinterher renne. Das ist so. Der eben hat er mich ein paar Mal umgerannt, deswegen ist ich gestorben. So, geht doch. Ich kann auf dem Gyros reiten. Boah, auf so einem Gyros zu reiten ist nicht gut. Auf einmal kommt der Dönermann und will einen Gyros haben. Das ist nicht gut. Ganz gefährlich. Ja, aber das haben wir doch, hm. Der rät sich noch schnell. Der humpelt glaube ich nicht, der hat sonst so einen Totenkopf. Einfach nur generell im Arsch. Der hat einen Totenkopf bei mir. So. Und dann, dann nochmal einen Ketscherino, wenn du willst. Ja. Aber ich muss hoffen, dass der andere da nicht rein rennt. Oha. Komm, 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 noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Komm, komm, hier, komm. Nein, nicht du. Komm her. Hierher. Komm, pui, 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 pui. Komm. Komm. Komm noch ein Stück. Gleich hast du's. Es ist der Ologardon. Oh nein, jetzt ist der andere reingerannt. Der ist ja halt einfach in meinen Angriff gesprungen, da kann ich nicht mehr. Der ist ja einfach in meine Faust gelaufen. Das ist schade, ey. Oh. Oh, da ist noch jemand. Hey, sie haben zum Spielen gekommen. Die Leute stehen in seinem Kopf, sowas da passiert. Das war ich nicht auch. Oh, der hat ein Explosionsfest gehabt. Hahaha. Okay, das ist was anderes. So wird aus. Ja, der Kopf war halt wirklich so komplett rot. Ja eben. Das sah aus wie eine Maske. Boah, jetzt greift der blöde Vogel mich an. Was soll denn das? Ja, die Vögel, die haben dich gesehen, denken sich so, ey, hast du einen Vogel? Oder so, ne, hast du nicht. Den schaff ich noch, den anderen schaff ich nicht. Dann kommen die so direkt zu dir, denken sich so, boah, hier, ich bin Vogel. Hallo. Ey, die denken sich noch, den Dino schaff ich nicht, aber den Menschen da, den krieg ich noch. Das schaff ich. Den hol ich mir. Das ist mein Frühstück. War nicht gerade klein, der, das ganze hier. Ne. Ist ja auch ein Nagy-Gang. Ne, das ist aber nicht immer groß. Manchmal gibt's ja auch einen Knall. Nagy-Zwerg. nyaahheh. Woof. Untertitelung des ZDF für funk, 2017